Ohne Frage ein ganz besonderes Halbfinale. Der 1. FC Saarbrücken noch Regionalligist, aber durch die Corona-Pause sind sie schon aufgestiegen. Die Saison wurde abgebrochen. Für Bayern 04 Leverkusen gilt es aber ganz klar, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Diaby über die linke Seite zieht in den Strafraum ein, bekommt dann auch den ersten Abschluss. Uaffero ist aber dazwischen und hält die Magengrube rein. Der 1. FC Saarbrücken eben nicht im Spielfluss und das merkt man hier. Leverkusen aktuell sowieso gut drauf, auch in der Bundesliga mit einer richtig guten Phase. Sie spielten wirklich sehr stark. Die nächste Möglichkeit, Diaby legt diesmal auf im Abschluss. Kai Havertz, der im Abseits stand, Batz aber auch sonst mit der starken Parade. Das konnte man den Saarbrückern durchaus lassen nach hinten. Zwar durchaus mit einigen Lücken, aber zumindest leidenschaftlich. Schalzer Rangis, der Sechser, der sich hier mal durchtankt. Nächste Möglichkeit. Das 0 zu 1 lag hier definitiv in der Luft, aber noch sollte es nicht fallen. Doch Bayer 04 Leverkusen dachte nicht mal dran, nach dem Spiel gegen Bayern am Samstag hier irgendwie aufzustecken. Baumgartlinger links raus zu Sinkgraven. Legt zurück zu Diaby. Nochmal ein weiter gesteckt. Julian Baumgartlinger in der 32. Spielminute mit dem 1 zu 0 für die Gäste. Darüber, dass das verdient ist, muss man sicherlich nicht reden, aber es war wirklich eine sehr deutliche Angelegenheit. Und Leverkusen wollte diese Unruhe in der Defensive der Saarbrücke ausnutzen. Diaby Baumgartlinger diesmal in der verkehrs umgedrehten Rolle. Baumgartlinger legt auf. Diaby schließt ab. 0 zu 2. Das war jetzt schon eine riesige Hürde für Saarbrücken. Aber es ist nicht so, dass sie das nicht schon mal in dieser Saison hinbekommen haben. Doch Leverkusen machte keinerlei Anzeichen, irgendwie den Fuß vom Gas zu nehmen. Auch nicht nach dem 0 zu 2. Nadiem Amiri mit dem 0 zu 3. Noch in der ersten Halbzeit, 41. Spielminute und jetzt wurde es doch eine äußerst schwierige, nahezu unmögliche Aufgabe. Dann ging es in die Halbzeit. Das 0 zu 3 ging auch in der Höhe absolut in Ordnung. 32 Minuten hatte es gedauert, doch dann ist Saarbrücken ein Stück weit abgebrochen. Wir haben es bei Dresden in der 2. Liga gesehen. Denn dieser Vorsprung, dieser spielerische, den man hat, wenn man schon länger im Training ist, wenn man länger im Spielbetrieb ist, den kann man einfach nicht wegdiskutieren. So sah das dann auch weitestgehend im 2. Durchgang aus. Julian Baumgartlingers Schuss aber abgefälscht. Knappe 10 Minuten im 2. Durchgang gespielt. Leverkusen ließ nicht locker und hatte keine Gnade mit dem noch Regionalligisten. Moussa Diaby zu Baumgartlinger. Die beiden wirklich sehr auffällig. Havert zu Amiri. Doppelpack. 54. Spielminute. Und wer wirklich noch Zweifel hatte, dass das nicht eine klare Angelegenheit sei, der wurde jetzt allerspätestens davon überzeugt, dass für Leverkusen der Weg ins Finale führt. Und der 1. FC Saarbrücken konnte einem ein Stück weit leid tun. So eine überragende Saison in der Pokalrunde gespielt. Jetzt ging es hier doch im Endeffekt ein wenig dahin. Immerhin Batz konnte sich einige Male auszeichnen. Und man muss den Saarbrückern trotzdem zugesprechen, was das für eine überragende Pokalsaison war. Zellner jetzt auf Tobias Jeneke. Einmal Platz für Saarbrücken und sie treffen. 90. Minute. Das hilft den Saarbrückern nicht viel. Wird aber zumindest ein kleiner Trost sein, denn den haben sie auch verdient. Nach sensationeller Saison. Pokalhalbfinale, Aufstieg in die 3. Liga. Da werden sie sich ärgern, aber unter dem Strich ist das eine tolle Spielzeit von Saarbrücken gewesen. Hier müssen sie sich den einfach überstarken Leverkusenern geschlagen geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017